Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man den Lady Toad freischalten kann und das ist ziemlich einfach, wenn ihr natürlich wisst wie es geht. Und ich erkläre es euch heute voll und ganz. Was ihr dafür machen müsst, ist die erste Aufgabe ist, ihr müsst ohne Perk spielen. Das ist ja ziemlich einfach, das kriegt man schnell mal hin. Die zweite Aufgabe ist, ohne Supply Drops den Boss killen. Das heisst, wieder die ganze Map durchspielen und den Boss dann töten. Die dritte Aufgabe ist, man muss den Pommel holen ohne Supply Drops. Das ist auch nicht wirklich schwer, müsst ihr einfach zu viert, alle mit Freifeuer und das geht ratzfatzig. Die vierte Aufgabe ist, man muss so eine Batterie beschützen und die kommt meistens so Runde 6, wenn man das Hardcore gestartet hat. Es gibt ja so einen roten Insta-Kill, wenn man den aufnimmt, bekommt man ja so eine Hardcore-Szene. Ist eigentlich genau dasselbe, einfach man muss es Hardcore machen. Ich blende da gleich mal ein Video ein, wie ich das gemacht habe. Könnt ihr da ein bisschen abschauen, wie ich es alles gemacht habe. Und die letzte ist noch, ihr müsst den Boss unter 15 Minuten töten. Das heisst, ihr müsst bis Runde 10 kommen, den Boss töten und das alles unter 15 Minuten. Wenn euch das alles ein bisschen zu schnell ging, mache ich alles noch in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da einfach weiterschauen. Wie ihr diese Aufgabe macht, dieses Ding verteidigen. Am besten Monkey Bombs, drei Stück mit Explosivschock, Explosionsschock, Einer mit Freifeuer und dreimal Herzen und einmal Munition. Also das heisst, jeder hat Herzen dabei und jeder hat Munition dabei. So geht es wirklich ziemlich easy. Eigentlich könnt ihr da hinten jetzt in der roten Zone drin sein, aber die Kumpels da, die waren da vorne und haben da die Zombies gekillt. Und man muss es ja nicht, weil wenn alle vier rot haben, dann geht das ratzfatz und die Minute 45, glaube ich, sind da schnell rum. Und ja Leute, ihr könnt da noch ein bisschen weiterschauen. Ich verpisse mich jetzt mal und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.